Jetzt läuft aber der Hauser für die drei Atomaxi und auch im Blickstart war es von der Nummer 3, Wuhana, das kleine Wuhana setzt sich in Führung und aussen kommt jetzt Oje, Oje, jawohl, übernimmt jetzt die Führung, aber hinterher ein harter Kapp und die zweite Position zeigt jetzt Mascura von Wuhana, und er kombiniert hat die Kuhgerade und es scheint, dass er nur ein Punkt vor der 2 und der 3. Vielen Dank.